Hey meine lieben Abonnenten und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen eine Adventure Map von Hypixel 17 Withers Challenge. Zusammen mit euch. Special thanks to Metryntier. Wir legen uns erstmal die Regeln. Also die Map ist bei Hypixel. Ein paar von euch kennen ihn bestimmt. Okay, don't break any blocks. Do not cheat if you die, it will break the game. Also nicht cheaten, wenn man stirbt, sonst wird das Spiel abgebrochen. You can return to the shop between each waves. Also nach jeder Welle, was das auf sich hat, werden wir gleich herausfinden. Können wir zum Shop wieder zurückkehren. If you die at the final event, also sozusagen am finalen Kampf oder so, ist das Spiel vorbei. Make sure you are good, also mach sicher, ja mach sicher, dass du gut vorbereitet bist. Oder sei sicher. Pick a class when ready. Also, ah, das ist ja geil. Also den Download Link schicke ich euch in der, äh ne, schreibe ich euch in der Videobeschreibung. Und wir können uns eine Klasse auswählen. Da hätten wir mal den Demon Hunter, Hunter, Paladin und Shadow Knight. Also Shadow Knight ist halt ein Schattenkrieger. Paladin ist halt ein Paladin, das sehe ich auch so kriegermäßig. Und ein Demon Hunter. Ich finde, das spricht mich sehr gut an, dieser Demon Hunter, aber ich bin nicht so gut mit Bogen. Deshalb nehme ich den Shadow Knight. Okay, Dead's Hand. Wir haben hier einmal eine Shadow Knight Rüstung, die ist gefärbt worden und mit schönen guten Rüstung, also, ja, ziemlich gute Rüstung. Dann hätten wir einmal hier ein Schärfe 2, okay, ziemlich gute Schwert, Trank der Heilung, um das zu futtern hier und damit machen wir uns mal auf den Weg und zwar machen wir die Geräusche ein bisschen lauter und die Musik ein bisschen leiser. So, okay, wir können ja mal hier mal schauen, was es so gibt. Und ja, aber hier gibt es leider nichts, wir gehen, was heißt leider? Hm, egal, wir gehen jetzt einfach mal weiter und lassen das Gemetzel beginnen, also, so habe ich das verstanden. Oder vom Trailer entnommen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Das Texturenpack ist von Hypixel zur Verfügung gestellt, das heißt, glaube ich, das Einzige, was auf 1.5 ist. Und, äh, ja, das so passt, weil man muss 1.5 haben, damit das alles geklappt mit den Redstones. Und ja, ähm, start game, shop, first time, first time visit the shop, okay. Dann gehen wir in den Shop mal hier geradeaus. Okay. We set all floors and return to the spawn. Return to the latest wave, okay, okay. What does challenge shop? The shop uses levels as a currency. Be careful, multiplayer, stand close to the bottom when buying something and wait for a second. Saving up level is good but dangerous. Make sure you make the right dis-blah, blah, blah, blah. Before starting the game, make sure everybody, everyone is ready. If a new player arrived after the game is starting, blah. Um, train of course is the shop. Okay. 30 Level kostet das. Das ist ein Schwert, was, okay. Ein Bogen. Okay, wir müssen hier mit Level 1 live. Okay. Achso, okay. Man kann das 1-3 Spielern spielen. Ich spiele das jetzt alleine. Ja. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, ob das schwer ist, wenn man alleine ist. Nein, 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 das wollte ich eigentlich gar nicht. Livs. Alba King. Shadow Knight. Aber jetzt, see how you can handle my challenge. Aha. Hier rein vielleicht. Ja, ich werde deinen Challenge schon gedingsbumsen. So. Dann wollen wir mal hier schön durch. Was gibt es denn hier so schönes? Start next wave. Boah, alter, alter. Frame irgendwo. Okay, hallo. Hallo. So, mein Freundchen. Alter, alter. Aber das ist noch gar nicht, ob das wird extrem heftig. So. So. Sieht ihr noch, ist das nur ein bisschen... Ah, komm. Komm. Nein, 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 nein. Du hast mich gerade angegriffen. So. Stirb. Wave 1 von 1 heißt Ended. Besitze Shop. Äh, or press next wave. Ähm. Ja, wir machen noch eine Welle. Ich meine, das sind nur welche. Die killen wir mal. So. Komm, meine lieben Kameraden. Sterbt. So. So. Jetzt können wir, denke ich mal, die... Nee, das sind nur welche. Die nehmen wir auch noch mit. Bevor wir die nächste Welle starten. Aber ich hoffe, mit Welle... Ich weiß nicht. Ich will mal gucken, was passiert, wenn man stirbt. Also... Komplett stirbt. Naja, wie dem auch sei. Schreibt es in die Kommentare. Also, bewertet das Video dann auch. Gut. Und schreibt in die Kommentare, ob es euch gefällt. Okay, da ist... Was ist das denn? Alter. Oh. Alter. Mein Kollege hier. Das kann jetzt hier... Mein Gott, ey. Ja, komm, ey. So. Ich hab' gerade noch nicht mehr rennen. Alter. Alter. Okay. Okay, hier zu sterben ist es schlimm. Nur beim Endboss ist es schlimm zu sterben. Okay. Gut gelöst. Ah, ich find' die... So. Wollen wir mal. So. Ah, komm schon. Kleine Nutze hier. Na du Teppich näher. Mein Gott. Oh. Fuck. Scheiße. Hey. Hey, Kamerad. Komm her. So. Was haben wir denn sonst hier noch so schönes? So, du bist auch tot. Pfeile kann man so farmen, finde ich sehr, sehr gut. Ach, komm. Oh, yeah. Ja. So. Oh, ne. Da ist noch ein Hunter. Ein Hunter. Ein Hunter. Hey! Okay, du musst dich schon rumschreiben. So. Alter, alter. Aber das sind alle, ne? Dann geht das schnell. Dann messe ich mal ab. So. Du kleiner Teppich näher. 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 Du musst sterben. Du musst sterben, du musst sterben, du musst sterben, du musst sterben, du musst sterben. Leider kann ich dir keine Themen ansprechen, weil, ähm, ja, das etwas mehr zur Sache geht. Sagen wir mal so, ganz einfach. Wobei, naja, es vielleicht mit mehr Leuten lustiger wäre. Mal sehen, wenn ich das schaffe. Ähm. Verfaultes Fleisch. Hunger. Hunger. Ich will turn to the shop, sondern die nächste Welle. So. Ah. Ich hab auch kein Optifine drin, äh. Alter, alter. So. Ah. Ah. Alter. Alter, alter, Verwalter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Äh, diese. Alter. Oh. Hä? Das backt rum? Ja. Ja, klar. Komm her. Äh, mein Gott, äh. Das kann nicht sein, ey. Die Jäger facken so ab, alter. Äh, mein Gott. guck mal ob man die killen kann ok den kann man killen boah das erfacken die ab ey ja ja klar boah ja 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 klar um raster aus ey mhm guck mal her so 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 mein gott das wird bestimmt noch schlimmer so 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 komm 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 metze 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 du schläfst du schläfst du schläfst du schläfst du ok gut ja ihr seid ja alle Tod wie meine mutter was meine mutter und was meine mutter was okay alter ich darf hier nicht mehr sterben okay so muss aufpassen bevor das game over wird hier ne? hä? warte warte hä? ich höre das im rechten uhr da wollen wir mal so wir haben nicht viel hp wie man sieht ich trage die heilung schon benutzt mein gott so turn to the last wave completed check point ja 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 so was wäre denn wichtig eigentlich wäre so ein leben wichtig also gott whisper to you two extra lives okay pfeile habe ich ja ein paar und eisenbarren kartoffel kohle möhlchen okay wir brauchen zwar einen bogen mit vier power das wäre wirklich sehr angebracht aber dafür brauchen wir ein paar level und das geht nicht so schnell was haben wir denn hier für tränke hier gibt es bestimmt auch so coole tränke protection ist glaube ich besser aber bis wir die rüstung haben milk healing potion haste potion strange potion regen potion speed potion splash of heal steak okay wir nehmen mal eine haste potion glaube ich ja und eine stärke regenerations portion haste speed was ist haste und speed hmmm so okay eine stärke potion wahrscheinlich auch gerne gesehen und eine regenerations steak 1 2 3 4 5 so werfbarer trank der heilung okay so kann man halt werfen stärke trank der stärke heilung okay dann wollen wir uns mal wieder begeben was gibt es denn hier wir sind off los und return to the spawn nee das wollen wir natürlich nicht wir gehen weiter und kill ein paar monster wir haben zwei leben so weit ich weiß ja nicht müssen die ganze zeit in diesem raum da kämpfen oder ist das jetzt so dass man halt ja auch weiter gehen kann ich gucke mich mal aha hier ist eine tür aber mehr sieht man jetzt hier auch nicht was ist das ein reset all floor tp all hmmm okay dann kämpfen wir halt weiter so 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 so